Warte mal, warte mal, warte mal. Nicht nebeneinander und überholen. Geht schon? Geht schon? Geht schon? Und dich schon? Ah, ok. Nicht zu schnell. Super. Ja, bitte nicht. Das ist sehr gefährlich. So, lass mir die Radfahrer vorbei. Habt's gesehen, das muss ich natürlich aufpassen bei so einer Kurve, wo ich nicht herumsehe, muss ich langsam fahren. Ok? So, wer ist der Erste? Die? Ja, mach du mal. Mach du mal. Komm. Ein bisschen kurven. Bis zum nächsten Mal.